Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wie liegt dieser Kasten in der Straße? Man sieht hier weiß normalerweise die Oberfläche von der Straße. Das heißt, das kann Asphalt sein, das kann Kopfsteinpflaster sein. Und dort ist dann dieser Schacht eingesetzt, dass diese Abdeckung aus Epoxidharz an der Oberfläche ist. Und der große Vorteil, diese Koppelspulen kann ich normalerweise auch direkt in die Straße einbringen. Aber mit diesem Schacht kann ich eben nachträglich noch Wartungsarbeiten durchführen, defekte Teile austauschen oder auch gegebenenfalls Messungen durchführen. Also dieses nervige Straße aufreißen und so weiter bleibt mir dadurch erspart. Das kann man sich sparen. Das ist doch schon ein Riesenvorteil. Das ist richtig.